Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs lindern. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Lindert, linderte, hat gelindert. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich lindere. Du linderst. Er lindert. Wir lindern. Er lindert. Sie lindern. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich linderte. Du lindertest. Er linderte. Wir linderten. Er lindertet. Sie linderten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gelindert. Du hast gelindert. Er hat gelindert. Wir haben gelindert. Ihr habt gelindert. Ihr habt gelindert. Sie haben gelindert. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich lindere. Du linderst. Er lindere. Wir lindern. Er lindert. Sie lindern. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich linderte. Du lindertest. Er linderte. Wir linderten. Er lindertet. Sie linderten. Den Schluss macht der Imperativ. Lindere du. Lindern wir. Lindert ihr. Lindern sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb lindern. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Bis bald. Bis bald. Dann gebt uns � STARK. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.